Ich würde sagen, das ist ungefähr das Wildeste, was ich in den letzten Tagen gesehen habe. Alter Faller, und es ballert schon rein. Es ballert schon rein. Die Rute, jetzt gerade eben als letztes ausgeworfen, die ist nicht mal eine Minute im Wasser. Abgefahren. Sehr, sehr abgefahren. Das geübte Auge erkennt es wahrscheinlich direkt. Das geübte Auge denkt sich, Alden, der ist irgendwo am Bernie. Und dann sagt er sich, was macht der Alden am Bernie? Ja, ich bin seit ein paar Tagen am Bernie unterwegs, denn mir fehlen hier einige Fische. Mir fehlen hier einige Fische und mir geht es eher darum, sie überhaupt zu fangen. Ja, ich habe allerdings auch einige Trophies gefangen in den letzten Tagen. Schöne, dicke, fette Schuppies sind da reingeballert. Und wo war ich unterwegs? Ich war hier unterwegs. Schön gegenüber vom Einser. Rausgeballert auf 35 Meter. Und auch am Einser selbst rausgeballert auf 35 Meter mit Zitrone. Und die Zitrone lief sehr, sehr wild. Wenn ich mir jetzt allerdings das hier angucke, bam, ist auch das schon mal übelst wild. Abgefahren. Was ist denn hier los? Ich habe gerade erst ausgeworfen. Hier ist auch mit dem PVA gerade erst zusammengestellt hier. Just in time. Frisch ausgeworfen. Das ist schon sehr wild. Aber es wird noch wilder. Die Kombination. Alter, Fall da. Ich muss ja sagen, was ist denn da los? Ich bin ja, ich gucke so ins Discord und denke mir, ja sag mal, was macht denn der Lümmel da? Was hat der denn da, was hat der denn da ran geschmissen? Namanao hat hier gepostet, diesen Spot hier, also auf 120, 155, was hat er geschrieben? G3 ist das, genau. Hat er gepostet. Komm mal ran hier. Schmeckt. Ähm, ja, löpt der Lachs. Postet hier auch noch einen ordentlichen Kescher. Und stellt dann die Bildchen rein mit den Ködern. Und ich denke mir, hm, was? Er hat einfach nur Mais genommen. Und das in Kombination mit Kokossahne. Aber warum hat er denn dann Kaviar genommen? Wir gucken uns das Setup mal eben an. So sieht das aus. Also. Zweier Hook. Sonst klassisch hier. Pop-Up-Rig. Karpfen Set. Ganz klassisch. Was man quasi für alles verwenden kann. Und dann geht es los. Kaviar. Als. Einfach nur als Mais. Kunstmais. Kaviar. Ähm. In Gelb oder Rot. Hat er auch geschrieben. Shitty Gawl. Ich habe jetzt zweimal Gelb und einmal Rot dran. Und dann schwarzen Kaviar. Als Dip. Und das Ganze verfeinert. Und es zuppelt auch schon wieder. Da ist schon wieder was dran. Mais. Kokossahne. 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 Sahne. Kokos. Cream. Ist das wild oder ist das wild? Und ist das jetzt hier gerade wild? Ich stehe jetzt hier ganz frisch. Gerade erst hier hin marschiert. Und dann lübt der Lachs schon wieder. Alter. Was geht denn ab? Und was eben noch ganz besonders spannend ist. Zum einen. Es sind hier nur 17 Meter weit. Das finde ich übrigens sehr sehr interessant immer. Gar nicht so weit auswerfen. Sondern gerne auch ja relativ nah das ausprobieren. Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon wirklich cool. Komm ran hier. Und der nächste Schuppen. Der nächste Schuppenkarpfen. Ja. Was das Besondere ist. Er hatte eben auch einige von den Seltenen da dran. Diese Kois. Diese kunterbunten. Und da werde ich dann natürlich auch gierig. Die hätte ich gerne. Und da bin ich echt gespannt. Also ich werde das jetzt hier schön ein bisschen testen. Wie gesagt von der Zeit her hier. Also. Da bin ich schon richtig platt. Da kann man ja sagen. Normalerweise ist ja bis dahin. In so einem Spot noch gar nicht wirklich aktiv. Aber hier lübt es gerade anders wild. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Dass hier der Spot so gut läuft. Und so krass ist. Dass den Fischen shitty gall ist. Was du da rein schmeißt. Ob das Kaviar ist. Mit Kokosahne gemixt. Oder ob das ein alter Pantoffel ist. Oder vielleicht kann ich einfach auch mal hier probieren. Mit der Kartoffel. Einfach die Kartoffel. Die Kartoffel. Die Kartoffel ran schmeißen. Und gut ist. Oder für die Stippangler wahrscheinlich auch noch interessant. Schön mit der Stippe. Man steht ja hier auf dem Steg. Ist eh schon mal ein bisschen weiter draußen. Und ist ja quasi direkt hier in der Nähe von der tiefen Stelle. Also durchaus eine Option. Viele Köder zu testen. Durchaus eine Möglichkeit. Hier geht auch schon direkt der nächste wieder rein. Bisher allerdings alles nur Schuppis. Ich würde sagen. Ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen was raus. Und wir gucken mal eben auf die Uhr. Ja. Fünf Minuten. Drei Minuten. Drei Minuten. Eins. 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 Und da ist schon direkt der nächste. Also. Bisher schmeckt. Ähm. Und es bimmelt schon wieder los. Ist das krass. Ist das krass. Wieder. Ich meine die Größe bisher ist soweit okay. Wobei eben auch schon. Ja. Ein etwas dickerer mit dabei war. Ähm. Aber dafür. Dass das jetzt hier gerade erst so kurz ist. Und der nächste bimmelt. Hier war auch gerade in der Mitte noch gebimmelt. Hier bimmelt direkt der nächste. Ich würde sagen. Wir gucken uns das mal ein bisschen auf längere Sicht an. Ich ziehe ein bisschen was raus. Und dann schauen wir gleich nochmal in den Kescher. Alter. Und da ballert nochmal ein schöner Spiegelkarpfen rein. Und im Hintergrund zuppelt es weiter. So muss das sein. Top Frequenz hier. Wenn du mehr von solchen Fischen sehen willst. Einfach mal den Kanal abonnieren. Einen Daumen dalassen fürs Video. Ah ja. Und die Glocke nicht vergessen. Ja. Wenn es dann hier bimmelt. Dann bimmelt es auch bei dir. Bam. Ist das gut. Mega. So muss das sein. Zuppel. 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 Pssss. Rakete. So muss das sein. Perfekt. Alter. Und geht auch ein bisschen rein. Sehr schön. Alter Falter. Ich hoffe ja noch auf die kunterbunden. Auf die seltenen. Zuletzt ein paar rote auf Zitrone gefangen. Also die roten Schuppis unten am Einser Anleger, am Einser Spot. Da sind ein paar reingeballert. Und das bringt natürlich dann auch übelst Kohle ein. Hier jetzt gerade schon direkt wieder der nächste auf Eins. So muss das. Hier ist natürlich die Bremse jetzt schon ein bisschen höher. Ich mache die mal ein bisschen lockerer. Und ich habe zum Glück, also ich habe ein bisschen mein Angelverhalten vielleicht geändert. Ich gehe deutlich entspannter da jetzt mittlerweile dran auf Karpfen. Das bedeutet also, ich werfe oder ich ziehe langsamer ein und lasse den Fisch auch mehr Zeit quasi für den Drill, beziehungsweise mehr Zeit abzuhauen. Alter, wieder. Heißt also, ich habe sonst die Bremse relativ weit oben gehabt immer. Jetzt bin ich erstmal so im Bereich von einer 20 jetzt mit diesem Set. Das heißt, wenn es ein wirklich dicker Brocken ist, hat er die Chance abzuhauen. Kann einfach mal ein bisschen wegziehen. Und diese Zeit lasse ich ihm auch, dass er dann wirklich auch erstmal ein bisschen abziehen kann. Und ja, ruhig ein bisschen Schnur nimmt. Und dann kommt aber so langsam die Bremse immer wieder weiter hoch. Und wenn ich jetzt quasi einen Drill habe, dann lege ich... Alter, gerade erst ausgeworfen. Ist das wild, ey. Dann lege ich die Route einfach links zur Seite sozusagen. Gehe dann aufs lockere Einkurbeln ohne Shift. Also ganz normales Einkurbeltempo. Wenn er da halt dann nochmal gegenzieht, dann zieht er halt dagegen. Und ansonsten wird er halt langsam reingezogen. Ohne Stress, ohne Pumpen. Und die Zeit lasse ich dem Fisch dann auch einfach. Und das war halt häufig in der Vergangenheit nicht so. Und ich habe mich ja schon mehrfach beklagt, dass ich halt gerade beim Grundangeln, beim Karpfenangeln, so regelmäßig Ausschlitzer hatte. Was ich halt vom Spinning so gut wie gar nicht kenne. Da ist in der Regel der Fisch dann auch einfach dran. Na, was hat er hier gemacht? Ja, da kam er ein bisschen entgegen. Jetzt hat er sich für den anderen entschieden. Die Lümmels, Alter. Oder? Doch, da ist er jetzt. Auf 1 wieder. Zack. Also wie gesagt, einfach hier dieses Entspannte rüberziehen. Was ich natürlich auch häufig mache, dann das automatische Einkurbeln. Einstellungen in den... Alter, und da kommt der Ausschlitzer. Da kommt der Ausschlitzer. Als ob das Game sagt, Alden, laber kein Scheiß. Wenn ich ausschlitzen will, dann schlitze ich aus. So. Auf die Art. Alter, er macht mich einfach fettig hier. Der RF4 macht mich fettig. Du kannst es dir nicht ausdenken, ey. Alter, aber so theoretisch. So theoretisch, so theoretisch, habe ich das immer gemacht. Und dann war das auch gut. Alter, unnormal. Komm, zieh ab. Jetzt machen wir wieder mit schnell und mit pumpen. Schlitzt doch eh aus. Aber Leute, ich glaube, ihr seht, die Frequenz ist irre. Die Frequenz ist echt gut. Die Größe, da kann man noch dran arbeiten. Ähm, ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, hier auch natürlich wieder dran rumzuspielen. Ich habe selbstverständlich, wo ich doch hier mit Kokossahne und Kokosmischen gerade unterwegs bin und selbst dieser ganze Spot jetzt gerade hier komplett mit Kokossahne verseucht ist. Selbstverständlich auch Kokossahne. Mais. Gerade auf der 3 drauf. Und zwar schon die ganze Zeit. Und was passiert da die ganze Zeit? Nichts passiert da die ganze Zeit. Du kannst es dir halt nicht ausdenken. Also es liegt offensichtlich, liegt es nicht da dran, Alter, jetzt. Das Game will mich doch, das Game will mich doch natzen. Also sitzt da denn gerade einer in der Aufnahme und will mich hier natzen? Da will mich doch einer natzen. Gerade will ich sagen, dass es nichts mit dem und da bimmelt es los. Was willst du denn hier noch sagen, Alter? Am besten hältst du einfach mal die und dann angelst du einfach mal los. Kannst ja nicht ausdenken. Kommt sie ab. Das ist gleich jetzt ein Giebel oder eine Karausche. Wart mal ab. Das hat schon richtig Gewicht. Ich sehe jetzt schon. Den schmeiße ich wieder rein. Den will ich gar nicht haben. Der versaut nur den Kescher. Der versaut den Kescher und ne, ne. Macht auch miese Laune so ein Fisch. Direkt wieder weg. So. Zurück mit dem Zurück mit dem Kaviar. Scheißwert auf Sahne. Wir wollen hier Kaviar mit Kokosahne und dann lügt das auch. Also nochmal ein ganz kurzer Blick jetzt hier. 14 Minuten. Ich würde sagen, wir machen nochmal eben die halbe Stunde voll. Gucken dann nochmal rein, was da passiert ist und dann verkaufen wir das Ganze. Ja Leute, es zuppelt und es zuppelt und es hört gar nicht auf. Wir haben jetzt hier Ingame-Zeit. Was sind es ungefähr um die 20 Minuten und es sind 20 Fische. Also ist tatsächlich nahezu im Minutentakt. Jetzt so langsam auch ein bisschen dickere Brocken, die reingehen. Ich bin jetzt hier gerade auch in einem ganz entspannten, lockeren Drill nochmal mit einem etwas dickeren. Jetzt ziehen wir mal so langsam hoch. Der hat jetzt so langsam Bock. Natürlich auch zwischendurch immer ein bisschen was essen, dass man genug Power hat hier. und dann langsam hier die Karpfen ranziehen. Bei den dickeren ist es natürlich immer so, man hat so ein bisschen den Stress. Die anderen Routen, die wollen ja auch noch alle. Aber lasst euch da nicht stressen. Die Fische, die kommen schon raus und die anderen, die warten ja auch gerne ein bisschen. Ich werde gleich hier einfach nochmal weiter durchziehen und einblenden, wie viel denn die ganzen Fische so gebracht haben nach der ganzen Zeit. Ziehen wir den mal hier so ein bisschen ran. So, und alter, gerahmter Spiegelkarpfen mit 16 Kilo. Schönes Ding. Schönes Ding. Jetzt muss ich mal eben gucken, das war die 1. und wieder auswerfen. Zack, und die anderen Routen. Ach, verdorrig, ich wollte das PVA machen. Jetzt habe ich also rund vom PVA, von der Futtermenge, oh, da ist irgendwas Kleines dran. Alter, oi, oi, oi. Siehste, jetzt ist der A-Land. Jetzt machen wir mal das PVA ab. Ich habe jetzt hier über 20 große PVA-Packungen quasi mit reingebaut. Ballert schon. Jetzt machen wir erstmal hier so ein bisschen eine Pause bis in die Abendstunden und dann gucken wir mal, ob das dann so langsam wieder hier anfängt. Ich hatte gerade schon so ein bisschen den Eindruck, ei, 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 auch den, schnell wieder weg, ey, die bringen Unglück. Das ist irgendwie, ja, eigentlich wollte ich schon vorher loslassen, also weniger, weniger PVA reinballern. Ich lasse das jetzt mal komplett weg, das PVA, angele jetzt einfach mal die nächste halbe Stunde sozusagen komplett ohne und dann wie gesagt werde ich hier den nächsten Tag auch noch weiter durchziehen und einfach mal den Kescher so einigermaßen voll machen. Mal gucken, was noch alles geht. Ich würde sagen, Petri-Lümmels zieht raus hier die Brocken, testet mal diese wilde, wilde, wilde Kombination. Dankeschön auch noch mal an den Namanao aus dem Discord, der es gepostet hat. Übrigens, wenn ihr natürlich Bock habt, auf Discord unten drunter ist der Link. Da einfach anmelden, die Regeln kurz bestätigen und dann habt ihr da natürlich auch Zugriff auf die ganzen aktiven Spot und eine sehr geile Community. Petri-Lümmels bis zum nächsten Mal.